Hallo und herzlich willkommen bei Sonderwelten. Ich habe heute für euch zwei Sachen, die wir auch noch nicht auf diesem Kanal geöffnet haben. Nämlich Hero Attacks, aber nicht die neue Serie, die mit den Filmen ausschnitten, sondern die alte Serie. Ja, genau, es gab ja einmal, es gibt jetzt die neue Serie und das ist die alte noch von vor ein paar Jahren. Und sechs Karten gibt es und, ja, es gibt noch Mirror Foil Karts und Rainbow Foils und Captain America und Thor Movie Karten. Okay, hier sind anscheinend doch Movie Karten drin, nur von Captain America und von Thor. In den anderen, in den neuen sind welche von Guardians of the Galaxy, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist richtig so. So, Phoenix haben wir hier. Cool, ein Hero, ja. Hier ist ein Velane, okay, Pyro. Ist ja ein Hydro Man. Noch ein Hero, nämlich Daredevil, okay. Und Skorpion. Mhm, interessant die Karten. Ja, ich habe hiervon auch drei Packungen gehabt. Eine Packung kam direkt in die Boostersammlung. So, Whiplash. Okay, eine Velane-Karte. Dr. Strange. Mhm. Silver Surfer. Was es nicht alles gibt. Das Ego, okay. Daddy, das Ego. Und Beast. Ja, das sieht wirklich aus wie so ein Biest auf dieser Karte. Ich kann das bestimmt nochmal... Ja, es ist leider eine sehr dunkle Karte. Ich kann das... So wird es auch nicht besser. Naja. Ich hoffe, ihr seht diese Karte so. So ist besser. So seht ihr die. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.